ja und willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of super ja ich muss mal kurz ja auch mein pc gut wird öffnen so in der letzten folge sind wir aus dem wald hier ausgegangen kiev mock gerne und ja wir sind zurück nach dann gräst gegangen und wir müssen mit den don reden glaube ich nein und ja guck mal weil es eigentlich ihre sind da groß ich habe ausgehen wieder ein bisschen trainiert also nicht trainiert aber sachen gelernt damit wir damit auch schon mal durch sind ich habe jede waffe die ich herstellen konnte er hergestellt ich habe jeden auswitzungsgegenstand den ich herstellen konnte hergestellt ein paar sachen kann ich noch nicht immer noch dieses leder und so und ja das kriege ich anscheinend nicht weil die einzigen gegner die hat haben sind so schwarze renault zuerst laut dem album und ja ich glaube die waren in links in dem keller von diesen einen typen und ja da komme ich ja nicht mehr zurück also so viel dazu aber alles andere wurde hergestellt als andere wurde gelernt und ja so sieht jetzt alles aus hier kompakte schwert und also das sind die fähigkeit nicht ab und dann habe ich noch auf level 28 mit carol was gern und zwar destruktor spinnen netz ich glaube ich gar nicht gesehen also der hat sich schon wieder gelernt im kampf und ich habe natürlich mitbekommen weil er wieder am ende des kampfes war und ja dann habe ich noch strafener hilfsschlag gelernt hier und ich glaube das habe ich gelernt nachdem ich hilfsschlag 50 mal und strafener schlag 50 mal benutzt habe ich habe nämlich bei jedem charakter dafür gesorgt hat ich jeden an der 50 mal eingesetzt habe weil ja anscheinend kriegt man dann verbundene sachen ja ne ja ist der fall gut man hat erledigt gehen wir zum zum download bis natürlich carol spielen weil erst mal noch da an christianer und ja dann gehen wir mal wo ich hatte so einen englischen kanal ist eine diskussion mit einem anderen youtuber die definition von einem blind let's play was ist eine definition von einem blind let's play ich spiele dark souls auf meinen englischen kanal und er sagte das ist kein blind let's play weil du hast schon mal bei jemanden gespielt hast und ich habe gesagt ja ich habe das spiel schon mal bei jemanden angespielt aber ich habe da kann ich vorher noch nicht rein ja ich habe schon mal bei jemanden angespielt heißt doch immer nicht irgendetwas von dem spiel weiß oder so für mich ist das spiel immer noch bleiben und er hat sie so darauf bestessen besessen nein ein bleibt jetzt place du blind wenn du wirklich gar nichts von einem spiel weiß und ja dann sage ich das ist irgendwie unmöglich weil trailer man guckt sich ein trailer von spielern dann sieht man auch schon mal beim spiel und ja auch das dürfte nicht sehen also ich hätte mir keinen trailer ich dürfte gar nichts über ein spiel wissen also absolut gar nichts um es einen blind let's play zu nennen und ja es ist heutzutage unmöglich weil ich tun bin ich irgendwie ein spiel für 60 euro kaufen oder irgendwann darüber zu wissen also also geld verschwendung da kaufe ich ein spiel und das ist scheiße dann habe ich den salat war irgendwie nervig ich habe gerade wieder eine antwort geschickt und je nachdem hat der antwort block stehen dass wir ein bisschen zu blöd geht die ganze zeit nur hin und her ich sage ihnen wir beide haben eine verschiedene ansicht von blind lassen hat gut sein nachdem hat er jetzt als nächstes antwort wieder geblockt oder nicht jedenfalls zurück zu töten für sparriere und wir haben uns geprügelt ja 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 Ich glaube, es ist auch ein Varlbos. Was ist das, was du auch? Ich habe mich mit der Unions- und Blood-Allianz und Blatt-Allianz gegründet. Varlbos und der anderen Guilden haben alle Blastia und verletzten die Gesellschaft und verletzten die Gesellschaft. Ich hoffe, dass Sie sich mit den Blatt-Allianz verletzten. Ich hoffe, dass ich mit dem Blatt-Allianz verletzten. Da ist nur so kurz. Soll das nicht, dass die Beziehung mit dem Kiozou-Sensee nicht so schlecht. Dann. Ja. Das ist das, die die Hand zu machen und die Dinge tun. Hey, bitte bitte bei Erius. Wenn es dann kommt, dann kann ich auch noch einen Norde-Polica mit anbieten. Norde-Polica? Das ist doch so, eine große Sache. Ich bin jetzt so. Ich habe mich an den Yodel von König, den ich von Herrn Schöhn. Oh, das ist der nexte Wahl der Verteidigung? Du kannst dich an den Hohite 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 Hohite. Was ist das? Hahahaha... Das ist ein Problem. Was ist das? Was ist das? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? denn doch hier oder oder der ist böse er sagt schon so freundlich aus irgendwie es ist auch ein bisschen eskaliert aber es ist es ist es ist es ist es ist es ist die gruppe verlassen das war jetzt haben wir jetzt irgendwie nicht so aus dass wir gefährdet eine weile will 60 65 stand so schon immer hier war ich auch mal ein kriegen wir den reich bevorstehen ein unterliebten zafias dann ist sie wohl tod feuer war schon ein neues mitglied verloren sind wir wieder die alten fünf ich erwarte jetzt nicht alle charakter auf einmal zu haben wir sind schon jetzt seit stunden nur mit diesen fünf charakteren unterwegs aber gibt es noch für andere wir haben sowieso nicht viel geld also irgendetwas vor und hatte 39 also ja er ist ja in der privat zu irgendwie ist juri zu perfekter charakter oder habe ich mir wort gefühlt er sagt immer irgendwie hat richtige tut andere davon abhalten über miss zu bauen und so irgendwie tut er mir zu sehr neue sachen richtig machen da bin ich mir ein ja 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 Das war der Arka-Me-Domo. Ich habe ihn wieder mit dem Yurli gefeiert. Nichts, nicht? Ist das der Arka-Me-Domo? Das ist auch meine Arka-Me-Domo. Das stimmt. Aber Arka-Me-Domo ist der Arka-Me-Domo. Wie ist das? Da sind die Arka-Me-Domo im Team. Dass er Arka-Me-Domo ist die Arka-M-Domo. Der Arka-Me-Domo unter einem Betrug. Wie ist das? Was ich zum Beispiel genauer? Das stimmt. Die Arka-Me-Domo. Das ist gar nicht so cool. Sie sagen auch, dass ich daran bin. Ja, den Arka-Me-Domo war. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Wenn ich so richtig gut bin, dann kommen wir wieder zurück. Ich habe mich verletzt, dass meine Yurli-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai. Ich habe mich noch nicht mehr gesehen. Ich bin mir da. Ich bin mir so gut. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Wenn ich nicht zurückgekommen habe, dann sterbe ich für mich. Ja. Ich bin mir da. 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 Es ist gut. Ich bin mir da. Ich musste eine Dannelie exit, die Geistertele Iwallte gegen fueraAG. Mein Nameutnant? Ich bin mir das lange zu öffnen. Ich bin mir die K83-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai yìn чтоб es besser ist. Man hat auf D тот, wenn ich keine Schmerz, die Welt verringisseGE auf Wasser hätte sein können��� fürs ZuЕ. Alles klar ist, dass die grog Letten noch cloudiert gemacht. Ich bin jetzt nicht ein Problem. Ich bin jetzt nicht ein Problem. Ich bin jetzt ein Problem. Wenn ich das Bedeutung nicht zurückkehren, dann kann ich natürlich nicht mehr sein. Ich verstehe. Ich verstehe. Warum hast du eine Gildade gemacht? Ich dachte, dass ich das große Problem haben, dass ich das wichtigste Problem nicht verstehe. Ich denke, dass ich das wichtigste Problem hier sein hätte. Ja. Ich sage das nicht gut! Sie sehen genau so. So, so... Das ist doch eine große Worte für unsere Verantwortung, die wir geholfen haben. Was ich noch etwas dafür tun? Der Kuromaku war, sprich mit dem Schrotzen in der Stadt. Und du hast ihn versucht, den Keist, was sie zu retten? Das ist doch mir zu retten. Oh, gut. dann gehen wir mal aus die klappe lassen wir in frieden müssen nicht frei sein okay dann ist ja gut dann lässt sich richtig nicht mehr wie vor wenn der raven ist der verräter der immer solche plot twist oder egal nun erstmal anlangen perfekt oder auch nicht alle tragen so weiß oder grau bauen als einziger lila das ist doch nicht richtig man sieht es nicht so nicht so es gibt es andere ich habe es gesehen ich habe es gesehen es ist das Blatt-Allianz also warbos warbos nicht Ritha und Lapidda sind gerade so wie auch die Frage schnell die Ritha und die dann mal los okay was er dann und für ein paar freitag rentz karte roma kusser das ist ja so einfach zu nett ok bekommen hat gesagt dass jetzt für dich also das ist ich bin es ich bin es ich bin ich bin es ich bin ich bin es Wir müssen das so schnell zu leben machen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe mich gemerkt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe mich gemerkt. Ich glaube, ich habe mich gemerkt. Aber... Ich glaube, ich habe mich gemerkt, dass ich mich nicht so gut ausführen habe. Das ist doch so, Mann! Du bist so, du bist so, du bist so! erwartet hätte aber ja gut so die taverne sagittarius hey soll ich noch einen seiner titel ja und da koha donna ehrich kaku 迎えてお酒飲みながら秘密のお話しするところよ ここでおとなしく飲んでろってのか お宅のお友達が本物の所情を持って戻ってくればとりあえずことは丸く収まるのよねー 悪いけどフレン一人にいい格好させとくわけにはいかないんでね 私たちこの騒ぎの犯人を突き止めなければならないんです もしバルゴスがまあまあ セーテはことをしそんじる これを この街の地下には複雑に地下水道が張り巡らされている その昔街が帝国に占領されたとき ギルドはこの地下水道に潜伏して反撃の機械を伺ったんだと そのまさかよ で ここからこっそりと連中の足元に忍び込めるって寸法なわけよ ちゃちゃっと忍び込んで奴ら踏み捕まえる あり道だがそれが確実ってことか そこからこっそりと連中の足元に忍び込めるって寸法なわけよ まだよかったかどうかは言ってみないとわからないな やっぱりおっさんはしようなない 当然おっさんもつき合ってくれんだろ おっさんこのままバッグリルキマンマンだったのに おっさんにもいい格好させてやるってんだよ かけたら 笘を使った アゲルバッグリルキマンを確認させる と言ってみてそこまでした тоもだろうが timeline29年を Hangる verdammt juri sind die vor weit weg was ok 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 so dass wir ein mikrofon hier von dieser danschen seien nichts was ja hatte sie ja für und sie dann okay richtig alter mann Ich bin fast zu schlau, wenn ich mich nicht daran liege. Ich werde mich nicht mehr so lange traurig sein, wenn ich mich aber nicht so lange traurig sein kann. Ah, ja, das ist das für mich nicht immer. ja meint da wird sehr nervig habe ich sorgt für werte hat gedacht monster doch nicht die werden uns noch nicht angreifen monster sind ja dafür bekannt ist leute anzugreifen in irgendein spiel bino mehrfisch ich glaube ich will juri machen jetzt gibt es einen auf die fresse du besser weil ich habe aktuelle ausrüstung und alle fähigkeiten die ich und ich krieg immer noch so hart auf fresse bedeutet nicht mehr gezählt er lernt es hat denn okay das war cool rita ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Oh. Start, Ende. Klärchen. Gut, ähm, Rita. Traktorstrahl. Reichweite in der Luft, dass sie mit aller Gewalt zum Boden stürzen. Blastium, Erz. Objekte mit Magie zu fertigen. Okay. Ich will aber gegen euch kämpfen. 3 auf einmal, oh mein Gott. Diese Pizza, die wollen, dass ich gegen alle drei auf einmal kämpfe. Oh Gott. Wir sagen ja nicht, dass sind zu viele. Da sind doch nicht viele. Schwarze, rote Augen, Federmäuser. Natürlich gegen den Kämpfer. Der hat eine geile Fähigkeit. Da gibt es manchmal Angriffe, ignoriert werden. Was sagt? Und da gibt es Yeah. Ja, oder? Ah, äh, äh. Ah, genau da gibt es sicher рис? Mara, das ist meinst ache. Gut. schnell ihre sp hier weg ballern ist auch einfach nicht war okay aber hier sind sie sehr sehr linear ja ich komme her wo eigentlich kann ich das machen so war ich allerdings hat links und rechts hey warum krieg ich hier keine abwehr sind die gegner noch so stark da wollte ich eigentlich einsetzen wenn die auf mich gelandet haben wir schon angemacht so mein gott wieso bald eure dinger so schnell raus auf volle art deswegen schon gefragt er tut er immer runde futter einsetzen ich habe nicht wirklich eine waffe die irgendwie was gerade lernt also vielleicht sollte ich nicht so viele kämpfen machen aber schauen ihr wart ja nicht so stark so ich wollte eigentlich nicht direkt auf euch losgehen aber okay gott denn jetzt gehen wir aus also wie geht das so schnell werden es alle ihre dinge verballert auf kp achten freie wahl ich tut sie einfach jeden kratzer irgendwie ich glaube das ist auch deswegen tut sie uns auch immer ja schon bei 75 prozent oder so hier heilen da war die fliege alle zu boden ich will den war fissig wenn man auf einmal sagt spieler voll schwer vorher hat man die ganze zeit keine probleme dabei habe ich noch ein bisschen gegründet eine fähigkeit und also was gelernt mit klingeln bin ich mehr erfahrungspunkte als bei jedem anderen kampf aber wo kam ich jetzt war von der eine polis das furchtbar ich zu sein ich hoffe niemand da draußen ist wie ich mich da brauche ich jetzt wohl vielleicht keine ahnung kampfpanzer habe schon beides das ding macht die ganze zeit dieses geräusch habe schon gefahren war macht mir die ganze zeit immer so ja rein da kommt du mal rein die ihre dinge hoch auf screen ist sein da es ist oder grüßen die sache vora machst du wieder ein zitat Ich bin noch ein paar Worte für die Brüder sind, um die Beziehung zu können. Ich bin noch ein Worte, ich bin noch ein Worte, ich bin noch ein Worte, ich bin noch ein Worte. Ich bin noch ein Worte, und ich bin noch ein Worte zu machen. Hey, das ist ein Unions-Zachverkug. Was das? Das ist ein Wettbewerb. ... Okay. Er war ein Meiji. Aber er hat sich nicht in den Händen gefangen. Und er hat sich nur den Don zu tun. Sehen wir den in diesem Spiel? Das ist ein Meiji oder Meiji. Das ist ein großartiges Zuhörer. Das ist mein Leben für alle. Er hat ein lustiges Mal gesehen. Aber jetzt ist es ein Bar-Bots. Jetzt gehen wir los. Das ist ein Wettbewerb. bald haben wir auch eine oder die noch vorfahren okay das ist wieder gleich wusstest das sieht auch wichtig aus ich speichern mal hier vielleicht wenn ich den party einmal schon mal ein bisschen mehr parts raushauen und wenn die meiner stunde lang sind es ein bisschen schwierig deswegen ich sagen wir wenden dem hat hier und guck mal was in der nächsten folge passiert ist ja gut alles klar und sage ich danke schön für zuschauen und wir sehen uns ja nichts von schutzkopf ski und